Wenn ich 20 Jahre alt werde, ... 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 im vollen Tag da ein Sterben. Wenn der Alkabar bei der Durchschnitt. Wobei mein Einflechten mit erwähnen muss, dass nicht jedes übernommen wird. Boah! Alter Pfeiler! Ich glaube, ich würde sagen, da können wir da ins Wasser fallen. Wir können auch ins Wasser fallen, aber das wird eben zu kalt sein. So vergeht er den Fett. Oh! Wie hat der den Fett geteilt? So? Ja! Was? Oh, der beißt da rein. Okay, Die sind 8 zu 10, und keine Reiselehrerin sind. So, die hast du in 2 preferen Kompassen. So, die sind rein der Kompass und so. So, die Bösen sind. Das ist schon egal. Ich bin ein ganzes Kompass. Das ist nur ein Fett. Was ist das denn für dich? Sehr gut. Der muss ich alles machen. Das war's für dich. Die Kette spielt mit ihnen. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Ich kiege auf meine Seite. Und das ist ein Klapp. Und das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Das ist ein Klapp. Oh, gut. Der ist wieder so in den Geruch. Komm, komm, komm. Guck dir das an. Guck dir das an. Oh, das ist ja hier. Weg. Natürlich weg. Guck mal, ich kann mir stehen. Guck mal, ich kann mir stehen. Guck dir das an. Guck dir das an. Guck dir das an. Ja, das ist eine Freundin. Da kriegst du weg und ich auch ein guck. Guck dir das. Vielen Dank.